Digga, es ist so geil gerade. Digga, diese Base sieht jetzt schon so geil aus. Ey, man kann ja sagen, was man will, aber diese Base ist einfach zu geil. Da kommen sechs Leute am Raiden. In die Base, in die Base. Digga, Reapers, das war dumm. Nein, nein, was? Doch, war es dumm. Omatra! Oh nein! Ja, pass auf, dann fange ich einfach mal an. Also, liebe Gemeinde, äh, liebes Projekt, pass auf. Das letzte Projekt ist wirklich komplett gegen die Wand gefahren worden. Da sind eine Menge Fehler gemacht worden seitens der Projektleitung. Aber auch seitens der Community und seitens der Aufarbeitung des Ganzen. Ich glaube, alle werden das mitbekommen haben, was da passiert ist. Es gab einen riesigen Skandal, der wirklich dann nochmal durch Twitter angeheizt worden ist. Unter dem Leute bis dato immer noch persönliche Konsequenzen zu tragen haben. Vorerst folgendes. Natürlich solidarisieren wir uns alle mit diesen Menschen, die darunter jetzt zu leiden haben. Und stehen vollkommen hinter dieser Entscheidung, dieses Projekt erstmal offline genommen zu haben. Und ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, ne? Romatra macht die ganze Sache jetzt auch nicht alleine. Sondern hat ein Komitee als Beirat, ein Komitee, was sich um die Regeln kümmert, um solche Ingame-Geschichten. Und auch ein Komitee, was sich um Bands, Ausschlüsse und vor allen Dingen darum kümmert, welche Spieler mitspielen. Dieses Komitee ist komplett gleichgeschlechtlich aufgestellt, weil wir da wirklich auch zu Anfang halt uns wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht großartig leider Gottes Gedanken gemacht haben, ne? Und genau diese Entscheidung haben wir jetzt alle gemeinsam getroffen. Wir haben geschaut, welche Leute passen da rein. Und es gab auch ein paar Absagen tatsächlich, weil wir gemerkt haben, dass diese Leute einfach Menschen sind, die eventuell mit einer toxischen Community daherkommen. Oder Werte vertreten, die wir als moralisch nicht vertretbar ansehen. So, ich glaube, alle Leute, die jetzt hier gerade in diesem Channel drin sind, unterschreiben, dadurch, dass sie jetzt hier gleich auf den Server joinen, zu hundertprozentig, dass in dieser kompletten Projektgeschichte kein Platz für Rassismus, Sexismus, Antisemitismus oder sämtliche Diskriminierung gegen Minderheiten stattfinden darf. Dafür ist kein Platz. Sollte so etwas nochmal vorkommen, gibt es einen sofortigen Bann. Ah, und dazu noch ganz kurz, stopp, dazu noch ganz kurz, dass auch die, dass auch die Communities, Das wollte ich gerade sagen. Dass ihr euch auch, dass ihr auch euren Communities halt klar macht, dass wenn ich jetzt gekillt werde und ich, ich reg mich darüber auf, dass ich gerade von Person x x gekillt werde, Dann ist es kein Grund und auf gar keinen Fall eine Berechtigung für euch, jetzt rüber zu gehen und die Person zu beleidigen. Was killst du, Romatra, da einfach? Weil dann, dann werdet ihr leider nicht mehr in meiner Community haben. Es ist nicht immer hundertprozentig möglich, aber wichtig ist, dass ihr bitte eure Community anweist. Es ist Teil des Spiels zu sterben und wenn man stirbt, dann ist das so. Dann gibt es keinen Grund, jemanden zu haten, es sei denn, äh, nee, es gibt keinen Grund, nichts, es sei denn, es gibt überhaupt keinen Grund, jemanden zu haten. Versteht das Spiel einfach als Grundlage irgendwie und das Ganze gehört einfach mit so dazu. Ey, wir haben uns so geile Ideen ausgedacht, Leute, für die Base. No joke, es wird so OP, es wird so insane. Kannst du spielen? Ich spiele gerade, ich bin drin, ja? Ich komm nicht, also ich hab, äh, ich hab, bei mir geht's nicht. Das ist auch schade. Wir haben den besten Platz hier unten, Max, ist so wunderschön hier, Digga. Jetzt ist, deshalb war bei mir auch down. Ah! Ewig brucht, ganz dringend, was hast du essen? Hier nimmt das Essen, da liegen zwei gegrillte Hähnchenbrust. Lass dir schmecken, ich bin der beste Spieler in der Welt. Da ist einer, Achtung, Achtung, wer ist der? Romatra, wuh! Hallo! Da muss ich mal mit 6K-Stein rein starten, wie geil ist das bitte? Leute, ihr merkt's vielleicht, ich bin in einer kompletten Tryhard-Mentality. Also ich will wirklich dieses Mal komplett durchrasieren hier. Ich hab so Bock, man, sch***, hab ich Bock. Hallo? Alter! Ich lade dich ein, ich bin Moin, Max. Groß ist die Welt und schön, es gibt so viel zu sehen. Ich lade dich ein, ich bin Moin, Max. Kannst du dein Gain vom Mikrofon ein bisschen runterstellen, Schatz? Kleines bisschen nur, nur ein bisschen. Okay, pass auf, dann geh direkt Holzfarm. Komm, wir gehen Holzfarm. Hab ich alles, hab ich alles. Dann dropp mir das mal bitte, dann kann ich schon mal wieder ranfangen. Hier, nein, nein, ich geh. Du musst Tab drücken und dann das Team annehmen. Und jetzt dropp mir mal bitte das Holz, Schatz. Hallo? Trymax! What the f***? Warte, ich lade dich ins Team ein. Ich lade dich ins Team ein. Nimm es dir, nimm dir das Team. Hab ich gemacht, nimm dir das Pferd und geh raiden. Gib mir die Sachen, komm. Gib mir die Sachen, die du hast. Scrap. Ja, geh, geh, farm. Scrap, scrap, scrap und sowas. Alles, was du hast, gib's mir ruhig. Ich baue gerade schon die Base. So geil von Max. Max ist wirklich ein Tier, was das angeht. Pass auf, Romatra, gieß hier noch nichts, gieß hier noch nichts in Stein, bevor wir nicht sicher sind, ne? Geh, farm. Boah, ich hab so Bock, man. Ich liebe dieses Game. Also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte Twitch gefühlt fast schon aufgegeben, aber ich hab gerade wieder so viel Spaß dran. Ich lieb's einfach gerade, man. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür, wirklich, man. Ihr seid eine geile Community, ehrlich. Ich sage euch das zu selten. Ihr seid extrem geile Menschen und ich fühle es so sehr, dass ihr mich selber unterstützt und auch anderen Content mittlerweile zulasst. Ich bin sehr, sehr happy, sehr, sehr happy. Wir haben so viele Steine, Junge. Das ist so geil. Das ist so ein geiler Bauplatz. Boah, Digga. Ich mach jetzt mal zwei Kiste, die was zwischenlagern kann. Ja, stell die, aber dann gib die mir bitte. Dann stelle ich die vernünftig hin, ja? Weil wir müssen gucken, dass wir ein bisschen unseren Platz sparen. Die hat Caruso alle gegessen. Der hat zehn Stücke gegessen. So viele? Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab's ihm gesagt, dass es unnötig ist. Okay, die Kiste liegt. Kiste liegt. Tu mal hin. Danke dir. Ich hab jetzt einen Ofen gebaut, eine Level-1-Werkbank, eine Armbrust, eine komplette Rüstung für jemanden noch fertig gemacht und warte nur in der Base, dass es weitergeht. Ich bin einfach OP. Ist jetzt? Ja. Guckt in die WhatsApp-Gruppe. Da ist der Code drin. Checkt, was ich hier alles schon gebaut habe. Könnt ihr mir bitte sagen, dass ich OP bin heute, als Player? Du bist heute sehr, sehr gut. Jungs, ihr wisst nicht, was ich hab. Ich hab ultra viel Essen. Plus, ich hab sauviel Fett, sauviel Fuel, was du daraus machen kannst. Was willst du noch? Alles, Digga. Gib mir alles. Ich hab ein Zoll-Embatt-Scrap, Alter. Pack das hier alles in den Schrank rein. Alles in den Schrank. Greeps, du bist der Geilste. Alles hier in den Schrank rein. Sehr, sehr... Oh, Jungs, das ist... Alter, das füllt sich hier. Sehr, sehr, sehr geil. Digga, OP. Holy shit. Hast du mein Fett gesehen, Alter? Digga, was? Wie viel hast du getötet? Was hast du getötet? Digga, ein Bären und drei Wildschweine. Ich hab alles getötet. What the f***? Du hast einen Bären gelegt? Ich hab alles getötet. Real Rap, Alter. Na klar. Ich bin der Typ, der tötet in dem Game. Eben, ich hab so Stuff für Waffencraft. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich mach jetzt mal eine große Kiste dafür. Warte mal. Da können wir nämlich alles Waffen-Reddite reinmachen. Ich fang jetzt an, im Skill-Tree schon mal meine Sachen durchzureveln, damit ich euch schon mal die besseren Sachen machen kann, ja? Okay, mach das. Sehr gut. Mach das, mach das, mach das. Digga, es ist so geil gerade. Komm mal hier, Caruso. Das hier in der Ecke hier ist unsere Waffenkiste. Pack da alles Waffen-Related bitte rein. Also Seile und sowas, ja? Welche Kiste? Welche, welche will? Die in der Ecke. Die hier unter der Kiste? Ja, genau, richtig, genau. Reicht das jetzt von dem Scrap her? Darf ich jetzt wieder mein eigenes Scrap sammeln, damit ich auch was lernen kann? Bro, warte mal. Wir müssen, wir brauchen viel, viel mehr. Ich hab zwar noch geliefert. Schatz, ich weiß, dass es nervig ist, aber wir brauchen noch mehr. Bis wann denn? Weil wenn wir nichts haben, dann, dann, ich bin ja nicht effektiv genug. Das kann zu Scrapen gehen, das kann zu Scrapen gehen. Wir sind gerade dabei, wir sind gerade dabei, alles hier. Hier, Scrap den ganzen Sch... Wir brauchen auch keine XOR-Schalter gerade. Einfach alles Scrapen, was ihr am Trash habt, okay? Wir brauchen eine Menge Scrap, wir müssen weitermachen. Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja, guck mal, das hier muss doch auch sein. Warte mal, warte mal. Alter, wie geil. Und Romatra, hier vorne müssen Rolltore rein, das weißt du. Lass hier vorne Frames für Rolltore reinmachen. Das war geplant. Romatra, eine Sache noch. Wollen wir diese Landungszunge bis vorne zum Wasser machen oder nicht? Weißt du, was ich meine? Also anstatt zwei kleinen Leitern. Doch, das finde ich geil, das hatte ich mir auch schon überlegt. Das finde ich gut. Pass auf, dann mache ich hier wieder diese Tür rein, Romatra, diese zwei. Guck mal, damit man nicht aus den Türen rausballern kann, ne? Okay, ja. Und dann kommen hier die Fenster rein. Ja, boah, das ist geil. Aber war nicht ein Fenster... Warte, war nicht eins Fenster und ein Tür? Ja, ist doch egal, oder? Ist doch egal, glaube ich, oder? Wenn wir doch die E abschließen, ist das egal, glaube ich. Warte mal, dann machen wir ein Fenster, ein Tür, du hast recht, ja. Man kann einfach unter unserer Barrikade durchschwimmen. Ja, weil wir müssen die auf Stone upgraden müssen wir die. Dann ist es safe. Ich mache das jetzt mal kurz von außen. Ich brauche eine Menge Stone, Leute. Ich brauche sehr viel Stone. Gebäude zerfällt. Warum... Ich lege zauberend 300 Stone rein. Ich habe so viel Stone reingelegt. Sehr, sehr geil. Ihr seid die Besten. Ich habe so viel Stone reingepackt. Und dann hier vorne das geile Torhaus hin. Weißt du, was ich meine, Romatra? Oh, ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Und dann kommt hier dieser Palisadenwall hin, oder was? Ja, 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 ja. Das ist ganz teuer und macht so viel Zeug, okay? Ja, ja, richtig krank, richtig krank. Digga, diese Base sieht jetzt schon so geil aus. Wir brauchen voll viel Steine, Reapers. Bitte Steine mitbringen. Ey, Digga, ich musste... Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen eine Menge Holz und Steine wieder. Sonst fällt die Base apart. Hallo, hallo, ganz kurz. Hey, hey, hey. Max, 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 ganz kurz. Es ist sauneis, dass ihr unsere Nachbarn seid. Digga, du nervst. Stegi, ich schieße dir den Kopf. Es ist sauneis, dass ihr unsere Nachbarn seid. Aber ihr könnt da oben nicht wohnen. Bitte nicht, bitte nicht. Das ist zu nah dran. Tut mir leid. Wir wollen nicht. Haben die Aussicht gesehen? Haben wir euch. Haben wir mal ein Haus hingestellt. Nee, nee, nee. Dann lassen wir hier runter. Nee, nee, nee. Ich nehme mein Zeug zurück. Es geht wirklich nicht. Also, wir werden mit euch Krieg anpacken müssen, wenn wir da oben. Also, wenn ihr euch da oben eure Base porten müsst, gibt es nur die Feder anschein. Wir können euch jetzt schon abfahren, wenn ihr wollt. Das ist kein Quatsch. Die Map ist viel zu groß. Das ist doch Quatsch. Es tut mir leid. Es ist eine Mini-Base, es ist klein. Ihr müsst bitte gehen. Nein, nein, ich meine, die Map ist zu groß. Die Map ist zu groß, als ob ihr euch hier ansiedelt. Das geht leider wirklich nicht. Das ist da oben auf dem Berg. Ihr habt ständig Blick auf uns. Ihr habt ständig Blick auf uns. Und wenn wir... Nein, nein, nein. Hallo. Aber wir sehen euch eigentlich nicht. Doch, wenn ihr Fernglas habt, seht ihr... Ich will euch gar nicht sehen. Ganz kurz, Ruhe. Wie könnt ihr unsere Base nicht sehen? Guck uns die mal an, wie geil. Wenn ihr ein Fernglas habt und so, dann seht ihr, wenn wir die Base verlassen... Oh, ja, oben sehen wir sie nicht. Ihr seht sonst, dass wir die Base verlassen. Und dann könnt ihr easy-raten. Wie viele Steine habt ihr? Wie viele Steine habt ihr verbraucht, für das da oben und so? Keine Ahnung. Was habt ihr verbraucht, um das da oben zu bauen? Ihr habt meinen Loot geklaut, das habt ihr... Haben wir nicht. Guck da, guck da, siehst du? Das ist nicht alles. Ich hab dir alles hingelegt von ihm. Kriegt erstmal euren Sch*** im Team zusammen, bevor ihr euch hier irgendwo ansiedelt. Äh, 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 äh. Nee, also wir können euch... Nee, aber wirklich, da oben könnt ihr euch nicht ansiedeln. Das geht wirklich nicht. Da müssen wir... Früher oder später wird es zu Krieg kommen. So lange könnt ihr nicht gesucht haben. Wir sagen es jetzt extra früh genug. Das ist mein Sperr. Ich geh's ihm sagen, ja? Es wäre wirklich besser für unser aller Wohl. Okay, wir fragen... Wir können drüber nachdenken, wir wissen nicht, ich weiß nicht, wie ich da brauche. Wie viel Stein, wie viel Stein und Holz wollte ich dafür, dass ihr da wegzieht. Colin, wenn ihr gerade es... Wenn das Angebot nicht frech ist, dann denk... Max, abbauen, Max, abbauen. Nee, wie du regelst das. Die können da wirklich nicht ansiedeln. Ihr könnt nicht hierbleiben. Ich hab zu haben, aber ich würd gern meinen Loot haben und Colin gibt den mir nicht. Ja, wir gehen. Soll ich ihn umbringen? Soll ich ihn umbringen für dich, Bunter? Ich kann ihn töten für dich, Bunter. Dann nimmst du seine Sachen. Was sagst du, Bunter? Ich drück jetzt ab, wenn du sagst ja. Bunter, das musst du jetzt selber entscheiden. Okay, ich nehm die... Soll ich auf ihn schießen oder nicht? Ich nehm die Entscheidung von Colin. Okay. Nein, 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 lass die durch. Okay. Die können ja nicht bleiben, das geht nicht. Wir müssen diesmal ein bisschen aggressiver auftreten. Romatra, die können da nicht bleiben, das geht nicht. Ja, natürlich können sie nicht bleiben. Hast du ihnen gesagt, dass wenn sie nicht wegziehen, dass wir deinen Krieg anfangen? Könntest du das kommunizieren? Hab ich gesagt. Solange du das kommuniziert hast, dürfen wir Krieg anfangen. Ich mach dir gleich ne geile... Oh, hast du noch ne Metallhaken? Ich mach dir, ich mach dir... Ich geb dir jetzt meine. Ich geb dir meine, wenn du ne Menge Holz farmst. Ja, das ist mir gerade dabei. Ich farm, bis die eigentlich kaputt ist, okay? Die sind halt da oben irgendwo. Ja, da. Das ist way too close. Das ist way too close. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung und das können wir nicht... Das können wir nicht machen, Chat. Das ist zu gefährlich. Das ist no joke too dangerous. Ich geh weiter Holz farm. Romatra, lass die Base jetzt mal nicht komplett schon aufbauen, sondern erstmal gucken, dass wir alles aus Holz haben und dass wir genügend Mats haben. Ja, ja. Ich würde gerne... Ich würde gerne trotzdem den Grundstein legen, weißt du, was ich mein? Okay, ich mach gleich hier vorne schon mal die Garagentore und Steine. Ich geh jetzt mal kurz Stein holen, ich komm gleich wieder, ja? Kann sein, dass ich jetzt attackt werde von den Romatra, ne? Romatra, wir legen die Schlafsäcke gleich hier runter, ne? Also hier in die Etage hier, in der Schlafsaal. Ja, das geht nicht, Leute. Also wir können nicht mit denen da bleiben. Wir machen jetzt ein Ultimatum. Wir rufen gleich alle vom Team zusammen. Und dann gehen wir da hoch und müssen erklären, dass die da halt abziehen. Also ist auch nicht böse gemacht. Ich mag Stegi sau gerne. Nur, ja, maybe verbünden wir uns auch mit denen, ne? Das wäre natürlich auch krass. Wenn die uns halt... Dann müssten sie uns ein ewiges Bündnis schwören. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil Stegi ist actually ein good guy. Extrem stark, aim wise und sowas. Man kann ja sagen, was man will, aber diese Base ist einfach zu geil. Ja, wenn du was hast, gerne. Wenn die jetzt nochmal komplett umzäunt ist mit Sachen, dann ist, dann ist, dann ist... Jalla, Digga, also wirklich. Wir gehen jetzt... Reeps, wir gehen da hoch und machen denen mal kurz eine Ansage. Komm mal mit. Reeps, wir machen denen oben eine Ansage. Komm mit, der MP5 durch. Muss ich der Schläger sein? Ich war eigentlich... Ja, komm jetzt, Digga, wir müssen das jetzt mal klären. Los, Jalla, komm. Digga, die Base sieht doch Maschallah aus, oder? Guck mal, Bro, ganz ehrlich. Wie findest du die Base? Sleephack, warte, 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 ich muss Sleephack bauen. Okay, mach. Was soll das? Hast du hier gezogen? Nein, wir müssen jetzt gleich mit euch reden. Ihr wohnt da oben am Berg, ne? Ja, genau. Okay, wir kommen gleich mal zu euch. Komm mal mit, komm mal mit hier. Schau mal, siehst du diese Base hier, ja? Ja. Komm mal mit, komm mal. Und ihr wolltet sie eigentlich als Feinde haben. Weißt du, wie schnell wir das hochgezogen haben, ne? So, komm mal, mein Kollege Reepers. Reepers, komm mal her. Wo ist Reepers? Guck mal hier. Guck mal, was Reepers für eine Waffe hat. Siehst du das? Und wir haben halt schon... Wir haben halt schon Waffen und alles so. Und wir wollen halt jetzt mit euch klären, dass ihr nicht da oben bleiben könnt. Oder wir verbünden uns auf ewig und immer. Und ihr müsst für immer, wenn wir Hilfe brauchen, müsst ihr uns helfen und wir euch. Das ist die Möglichkeit, die es gibt. Ne, verbünden ist verboten, Revi. Verbünden ist verboten, Revi. Das geht nicht. Verbünden ist absolut verboten. Wie sagst du mit? Die einzige Möglichkeit, die besteht, ist, ihr bleibt da. Aber dann müsst ihr damit rechnen, dass wir euch irgendwann mal einfach raiden, wenn ihr nicht da seid. Also wenn ihr schon auf dem Server seid. Was ist das aber mit Passiv miteinander leben? Das geht leider nicht. Da haben wir zu viel Angst, da vertrauen wir euch auch nicht genug. Wir kennen euch ja nicht. Ich kenne nur Stegi von euch, weißt du? Werfen wir das erste C4. Guck mal, Decker, siehst du die... Wir haben das erste C4, oder wie? Diese Base hier, die haben wir so schnell hochgezogen. Werfen wir das erste C4. Weißt du? Oh, das glaube ich nicht, Jumata. Ich stehe hier nicht bei euch im Team. Wer ist bei euch im Team da oben? Wir haben Nicoletta, Bunter, den kennst du ja schon. Ich und Colin. Ihr seid also nur vier Leute? Ja, wir sind nur vier zu vier. Da kommen sechs Leute angerated. Alarm, in die Base, in die Base, Krieg. Könnte ich mich irgendwo verstecken? Bitte? Nein, bleib! Wenn ich mitkommen kann, ich mitkommen, hallo? Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ich bleib hier, ich bleib hier. Leute, wir wollen nur Staubsauger verkaufen. Was wollt ihr? Ich möchte hier einen Staubsauger haben. Nein. Staubsauger. Sieht durch oder sagelt Google, na lo. Was soll das hier? Wir möchten unsere vierzehn Scraps zurückhaben. Wir wurden zweimal von euch ausgeraumt. Wir haben nichts. Nur vierzehn Scraps, dann gehen wir wieder. Wir wollen nicht einen Krieg anfangen, deswegen kommen wir in Frieden. Vorerst. Vorerst, was heißt das vorerst? Reeps, geht er weg, geht er weg. Reeps, geht er weg. Was heißt vorerst? Naja, die Erinnerung von, wenn ihr uns unsere vierzehn Scraps wiedergebt und wir uns einfach gegenseitig in Ruhe lassen, dann ist alles egal. Wer ist denn da unten? Sag mal kurz euren Namen bitte erstmal. Klingt nach ziemlichen Schwitzern. Wir sind ja Gathas Zauberer. Nee, ihr habt uns zweimal ausgeraumt. Gathas Zauberer. Wir haben gar nichts gemacht erstmal. Ihr habt keine Beweise dafür, dass wir das waren. Doch. Wer hat euch denn ausgeraumt von uns? Der Trimax hat uns ausgeraumt. Der Herr, der da eben oben stand. Ja, passt auf. Ich bringe euch die vierzehn Scraps runter und ihr beruhigt euch, okay? Ja, ja, easy. Okay. Wir wollen keinen Stress momentan. Ja, genau. Wir genauso wenig, aber wir haben auch keinen Bock, immer wenn wir farmen, ausgeraumt zu werden. Da haben wir keinen Bock drauf. Ich muss euch leider, ey, ich meine es ernst, ich meine es ernst, ich habe gerade nur zwei Scraps hier. Also wir haben gerade wirklich alles. Hast du irgendwas anderes? Wir haben gerade nichts anderes hier. Ich kann euch Schokoriegel geben. Eine Sicherung? Nee, die haben wir ja natürlich, aber die können wir euch nicht geben. Ja. 40 Scrap ist jetzt kein Grund, einen Krieg anzufangen, Jungs, ne? Ja, aber wir wollen halt die Schokoriegel. Nee, da sind wir hergekommen. Ja, ja. Ich mag Schokoriegel. Deswegen sind wir hergekommen. Also für Schokoriegel mache ich alles. Wir können auch bei euch reinkommen, ne? Wir wollen bei uns reinkommen. Nein, hör mal auf den zu drohen. Wir wollen hier keinen Krieg anzetteln. Das ist das Ding. Komm, wir können uns auch unbewaffnen. Hier. Einfach Waffen wegstecken. Das ist kein Ding. Wir wollen einfach nur, weißt du, was ich meine? Ja, gib uns einfach den Schokoriegel, dann hauen wir wieder ab. Gib uns den Schokoriegel und wir farmen in Ruhe, okay? Versucht bitte nicht da hochzukommen. Wenn ihr hört, dass jemand von Agathas sauberer ist. Nein, 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 alles weg. Hauptsache wir gehen uns nicht gegenseitlich. Ist ein Müstieriegel. Ich balle die jetzt weg. Zieh durch, Jungs, besser ist das. Ey, Fede, lass dich wieder hoch. Lass mich wieder hoch, Fede. Wie viele Headshots wird hier noch krass? Fede, lass mich hoch. Wir haben wirklich die Arme, Fede. Wir reden wollen, aber dann schießt es schon. Ihr habt geschossen. Ihr habt geschossen. Ihr habt geschossen, aber okay. Ihr habt geschossen, ich bin ja gar nicht dazu. Ihr habt geschossen, ey, labert doch nicht. Reapers, 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 mach mal bitte auf. Ich bin in der Airlock und mach mal bitte auf. Ich kann auch mal alles helfen. Digga, Reapers, das war dumm. Nein, nein, war es nicht. Doch, war es dumm. Nein, war es nicht. Doch, es war saudumm. Das war saugeil und hat sich übel gelohnt, Digga. Für was hat das denn gelohnt? Wir haben jetzt Gegner und du bist gleich offline. Jungen, Statement zu setzen. Das, was willst du, Rewe? Du musst straffen. Du darfst doch nicht so alles null. Jemand verlangt was von dir und dann machst du Sachen. Das kannst du doch nicht machen. Digga, ich hätte jetzt halt einfach ihre Sachen gegeben und gut ist. Nein, die wollten nicht. Die wollten andere Sachen. Die hatten uns erpresst. Verstehst du das? Ich hatte keine Wahl. Ich habe mir das lange genug angehört. Verstehst du? Nee, Bro, du hast überreagiert. Wir müssen uns doch nicht so beugsam sein. Nein, finde ich gar nicht. Ich finde, ich habe auch richtig gemacht. Nein, Digga, wir können das jetzt mit der Base tatsächlich auswarten. Das war no joke stupid. Nein, das war... Vertrau mir, das war nice. Ey, wir müssen, wir müssen safe, wir müssen safe uns beeilen. Nochmal, Jungs. Ich sage es euch. Jo, du bist so eine kleine, also du bist wirklich eine kleine B***, was das angeht. Romatra. Unsere Base sieht so krass aus. Ja, aber die sieht krass aus, aber sie ist es halt noch nicht. Ja, aber niemand weiß, dass wir da nicht drin sind. Und wenn sie es wissen, dann wissen sie es nur, weil es ihnen geschrieben wurde. Und wenn sie mit der Info, wenn sie die Info lesen, oh, sch***, sie sind nicht da und raiden unsere Base, dann haben sie eh die Regel verstoßen. Woher sollen sie denn jetzt wissen, dass wir gerade nicht da sind? Jeder ist gerade am Farmen und am Basebau. Niemand denkt sich jetzt, oh, sch***, die Raiden ist es. Die kam eben, wir müssen uns echt beeilen, Leute. 10, 15 Minuten Farming-Tour, mehr sehe ich hier nicht. So eine Verschwendung, seid ihr dumm? Das ist das ewige Licht wie in der Körsche. Das bleibt brennen, das ewige Licht muss anbleiben. Reeps, ich habe noch 28 Kraftstoff für dich. Ohlala, 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 ohlala. Some light down here. I make some light down here. Ohlala, ohlala. Alter, ich muss mir selber eine Fackel craften. Was für eine Sch***, Alter. Weißt du, was du dafür brauchst? Was? Sag's nicht. Kraftstoff. Kraftstoff. Ja. Digger, wir werden den ja niemals bekommen. Es werden ja 200 Leute versuchen, den zu holen. Ja, ja, das ist geil. Da freue ich mich jetzt drauf. Da habe ich richtig Bock. Aber so, as far as I can see, hier ist keiner. Hier ist keiner in der Nähe. Also ich sehe hier niemanden irgendwo. Wir bleiben einfach hinter der Mauer. Die kommen doch jetzt alle. Ja, ja. Wir sind safe. Wir sind safe. Hier ist keiner. Hier ist gerade keiner. Keiner da. Komm. Also ich habe keinen gesehen. Kommt zurück, kommt zurück. Ich gebe einem der MP5. Ich nehme. Ich nehme. Wir werden auch gleich safe hier überrascht werden. Wir müssen das jetzt, die Green Card. Hier, also Green Card muss irgendwo da im Untergrund sein, glaube ich. Lass mal nach gegenüber die Lagerhallen. Ich bin die Beste vom Sound für euch. Lagerhallen auschecken. Ja, ja, safe. Hier ist die Green Door, Romatra. Okay, warte. Einer muss unten mit der Karte an der Tür bleiben. Ganz vergessen. Okay, pass auf. Lasst uns. Hier müsste irgendwo noch ein Schacht sein, der runter geht. Warte mal. Romatra, geh schon mal runter. Ich habe nur eine Fackel dabei, leider. Warte, hier, nimm die. Ich habe noch Fackel dabei. Ich sehe nicht so eine Fackel. Nimm meine Fackel. Nimm meine Fackel. Ich habe sie dir hingelegt. Okay, Green Card, komm mit mir. Okay, Green Card. Okay, aktiviert. Fuse ist drin, komm. Romatra, ich glaube, du musst reingehen. Okay, let's go. Ja, war gut. War gut. Das fand ich, habe ich gefühlt. Ich höre, was? Töte mich. Ja. Los. Einer nockt. Einer nockt. Einer nockt. Hinterformiert. Nein. Romatra. Previ ist auch dead. Ich passe nicht, Alter. What the f***, was da passiert? Ich habe einen von denen tot. Mann, die Waffe hat nur zwei Schuss gehabt. Was für eine Dreckswaffe. Was sollen wir da machen? Ey, der ganze Loot gone. Oh nein. Wer war denn das? Wer war denn das? Hanky und sowas. Hanky Gustav. Ich habe Spark geholt. Ja, f***. Die haben jetzt God Loot, Alter. Die haben God Loot. Rechts hat einen Hit. Headshot. Wollen wir die pushen? Wollen wir die pushen, Previ? Ich habe nur Fall und Bogen, aber ein Shotgunschutz. Aber Bro, wir werden draufgehen, ne? Treffer. Headshot sitzt. Den hinteren, der wegrannt. Komm, wir müssen rein. Das war Chef Strobel, der andere. Der andere muss Chef Strobel sein, wenn das hier Favo ist, Bro. Das ist so viel, du Sch***er. Sieh zu, dass du Land gewinnt das nächste Mal. Besser ist das Keule. Was willst du? Wie? Gegen wir ein Spiel zu ihr. Loser. GG, da habe ich hier weggekläfft. Da kenne ich nichts. Oh, das sind Pistolen, Ende. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.